Ich möchte ohne viel rechnen diese Funktion skizzieren, wenn die E-Funktion gegeben ist. Die Funktion Y gleich X kenne ich auch. Das ist ja die Winkelhalbierende. So, habe ich dir das hier erwischt? Gut. Und jetzt werden zwei Funktionen addiert. Ja, da kann ich jeden Punkt addieren. Das ist so in Rot. Also 0 plus 1 ist 1. Da bin ich. Der ist da. In dem Fall, also wenn ich jetzt hier unten bin. Also in dem Fall, da habe ich jetzt Minus irgendwas und da kommt nur so ein bisschen was dazu. Da bin ich. Geht es nicht? Ja, da bin ich. Hier bin ich. Genau. Tablet durcheinander. Also hier bin ich so ein bisschen. Da kommt ein bisschen mehr dazu. Ein bisschen mehr. Da kommt eben die 1 dazu. Und jetzt wird es größer. Ja, und dann geht es so hoch. Das ist jetzt diese Funktion. Und ich habe einfach nur addiert. Ja, wenn ich die hier addiere, diese beiden Zellen addiere, dann bin ich da oben irgendwo. Ja, genau. Ah, der 1 da dran, da kann ich sogar sauber machen, ja. Ungefähr also diesen einen Meter da oben noch dran bauen, dann komme ich zur Funktion.